So, dass ihr ein bisschen auf dem Schirm habt, wie mein Tag beginnt, es ist jetzt 10.09 Uhr, eigentlich wollte ich um 10 Uhr im Fitness sein. Ich bin gerade auf dem Weg im Fitness, sieht man auch an meiner Outfit. Ich habe da Sportsachen an, Adam begleitet mich, beziehungsweise motiviert mich und hoffentlich nehme ich dich mal an die Hand, Junge, ne? Ja, Laura. 10.10 Uhr, ich hoffe, so 11.30 Uhr bin ich fertig und dann sehen wir uns. Dass ihr es jetzt mal seht, ich glaube, viele werden auch interessieren, wie ich trainiere oder mal so eine Trainingseinheit von mir. Wenn ihr es wissen wollt, dann lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Mal sehen, ob ich meinen falschen Stolz überwinden kann, aber so sieht das Fitness aus. Hier werde ich dann meiste Zeit trainieren. Wir werden jetzt Fahrrad fahren, 20 Minuten einfahren, dann werden wir da runtergehen und mit eigenem Körpergewicht arbeiten, beziehungsweise wenn wir mit Körpergewicht arbeiten, mit sehr leichten. So, ich gehe jetzt in den Laden, werde für euch da draußen ein paar Pieces mitnehmen. Für alle Leute, die es nicht wissen, in Nürnberg habe ich meinen eigenen Laden. Schaut ihn euch gerne mal vorbei, kommt gerne rum, macht euch ein eigenes Bild, ist auch cool geworden. Und ja, hier drin sind wir. Grüße. Davon werden wir auch ein paar Dinger verlosen. Ich habe es schon mehrfach angesprochen. Wir haben ja auch hier einen Vita-Welt-Kühlschrank. Mein Mitarbeiter, ehrliches Feedback. Mehrfach von Ninnung, Hibiskus ist crazy. Ja. Glaubt mir, Freunde. Probiert es, bildet euch eure eigene Meinung, aber der Shit ist real. Diese lockere Hibiskus-Longa. Sie kennen mich nicht? Nein. Sehr gut, dann lernen Sie mich jetzt kennen. Das ist frisch gebrühter Tee, soll ein Erfrischungsgetränk sein für den Sommer. Wenig Zucker, wenig Kalorien und ist Hibiskus. Okay. Einmal mal testen. Ich probiere mal. Ajo. Trinken oder werfen? Ajo, beides. Wenn es leer ist. Wenn ich jetzt tot umfalle. Na, dann haben wir es auf Video. Danke. Also es ist auf jeden Fall kühl. Ja. Es ist wenig Süße drin. Mhm. Da steht auch drauf, weniger Zucker. Ja. Also es schmeckt. Also ich sage jetzt mal, wie Wasser mit etwas Geschmack drin. Sehr schön. Tee, ne? Ja, wem Tee. Frisch gebrühter Tee. Frisch. Was sind die Kalorien? 13 Kalorien. Ja. Wie viele Flaschen kann ich denn da trinken? Wenn Sie wollen, dann können Sie den ganzen Abend damit verbringen. Dann ertrink ich wahrscheinlich. Also ich würde es Ihnen auch gleich schenken. Dann haben Sie was für den Tag. Super. Das Angebot nehme ich natürlich sehr gerne an. Gerne. Vielen Dank und viel Erfolg noch. Danke. Sehr, sehr, sehr lieb. Ich wünsche Ihnen was. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ey, sympathischer. Sympathischer Mann. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Es sind jetzt keine 400 Sachen, aber es ist im Wert von 2815 Euro, die ich an euch verschenke. Also es wird heute Samstag und Sonntag. Also da werden noch ein paar Sachen dazukommen. Und deswegen, falls ihr mich seht, höflich sagen, Ayo, Willi, wie geht's? Sage ich gut euch. Wenn ihr ein Foto machen wollt, dann können wir das gerne machen. Und wenn ihr cool seid und lieb seid, dann gibt es selbstverständlich auch noch was von mir. Der schwarze Weihnachtsmann. Wir gehen nach Minga. Rolling Loud. Das wird das erste Mal Rolling Loud für mich in München sein. Ich bin sehr gespannt. Heute werden Rav Kamura dazu da sein. Central Sea. How can I be? Wir gehen jetzt nach München. Ich hoffe, ihr habt coole Einblicke. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Wir fahren mit dem Rangey, Digi. Abfahrt, Mama. Warum wir überhaupt mit dem Range Rover fahren, ist, bei meinem BMW muss ein Licht ausgewechselt werden. Und jetzt anschnallen. Es geht um einen Scheinwerfer. Und die Wartezeit beträgt sich eventuell auf drei Monate. So geil. Aber meine Versicherung hat mir, Gott sei Dank, ein cooles Auto zur Verfügung gestellt. Ein Range. So sieht der Lachs aus. Ist cool. Macht mal nix mit falsch. Big A's hinten. Ist ganz cool. Let's go. Los geht's. Ich, 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 ich hab ein Fowier, weil es haben einen im Hand gelenkt. Ich frag dir Gott nach Hilfe, er hat mir ein Hunni an den Hals gehängt. Wir sind jetzt da. Ich weiß nicht, ob man es schon leicht hört, wenn man sich mal die Öcher aufmacht. Wir sind in Minga. Rechts von uns hört ihr die Musik schon mal. Outfit of the day, if you're running low out. We got some chucks, you know. Nike section, Ioloma. Nylon pants. Atengdopp. Tasche. Und die Cap ist so fucking meter. Damit fühle ich mich so fein. Und weil ich glaube, es kann richtig krachen. Das ist so ein weird Flex und so undankbar. Aber zum Reingehen werde ich eine Maske anziehen, weil ich Angst habe, dass das zu viele Leute sein kann. Deswegen werde ich zum Reingehen eine Maske anziehen, dass man mich nicht erkennt. Das wird dann so ausschauen. Herr Willi. Ja? Wo bist du? Meine Tarnung geht bis jetzt so durch. Ihr habt mich nicht erkannt, ne? Nein, nein. Ich habe es schon wie ihn erkannt und das Stimme sagt. Ehrlich? Ja, ja. Okay, ist cool. Seht ihr? Meta-Ding. Ich weiß nicht, wann zuletzt in Deutschland so ein Auflauf war. Also hier sind so richtig, 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 richtig viele Leute. Und ich sage euch ehrlich, ich finde es richtig cool. So, Willi wieder undercover. So krass. Guckt euch mal die Schlange an. Hier sind so viele Menschen. Ganz, 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 ganz fatal. Also wenn ich heute nicht erkannt, weniger als zehnmal erkannt werde, werde ich 10.000 Euro in den Kommentaren verlosen. Heute Rav Camora, Whiskit, Central C, M Huncho und das war's für Freitag, glaube ich. Also relevant ist es. Aber I'm not pretty sure. Ich werde probieren, coole Aufnahmen zu machen. Marihuana! 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 Willi, ich liebe dich. Du bist der Beste. Kurzes Update. Thema Film. Nicht geklappt. Als nächstes werdet ihr Sandwich T sehen. What want fam? Are you from London fam? If you like Warhol, you like Harry Potter. So you have to watch Harry Potter. So you have to watch Harry Potter. Marihuana! 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 Lili! 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 Hey! 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 I'm gonna commit the issue But I'm trying to fix that If I can't afford that blood as you want Then I won't let that for you 1, 2, 1, 2, 3, go! Yeah, it just started it right now, I'm looking for Clifford to see. I'm giving my leggings, I'm driving that sun to the 100 Ganty. You know who you want. I like it when it's very low. All you know is the sun when it's time to slow. All you know you love me when you let it go. And roll it now, louder, louder. All you know you put high when you're feeling low. All you know you're road when you're makes it home. All you know you love me when you let it go. You stand up with the eyes when you let it go. You're such a ho! I loved you, think I came in my head. And that's why I lost respect. The S&C was sick. You saw my Einsatz. I said, hey, hey. So I was there. I hope that you liked it. hier ist es jetzt ein bisschen ein bisschen so wir werden uns ein bisschen dass wir gehen fahren jetzt mit dem da es Wir haben einen Lamborghini, wir sind Rosenzweig. Wir sind Rassange, ich kann nicht mehr dauer. Bitch, Shake West, bitch, an die Shake West. Bitch, Shake West, bitch, an die Shake West. Bitch, Shake West, bitch, an die Shake West. Ich musste das erste Mal in mein Leben raus, weil ich Platzangst hatte. Es war viel zu viel, ich konnte nicht mehr. Ich war mitten in der Menge. Digga, ich mach das nicht mehr. Das ist einfach... Ich weiß, was... Überleg mal, einfach einer... Was, ich mit Tatil angemixt, oder ich küsse das rein? Was? Der Mann macht uns gerade die Margarita-Pizza. Ayo, Laura, bringen sie her. Wie ist dein Name? Simon. Simon. Ein bisschen Grünzeug, Junge. Und noch ein bisschen Salz. Hier, ich mach ein Foto. Yeah, Laura, geil, Alter. Ja, Laura! Ja, ja. D движend Im Locken Du das Kos Das war's, das war's, das war's, das war's! Das war's, das war's, das war's, das war's! Das war's, das war's, das war's, das war's! Das war's, das war's! Also meine Freunde der Sonne, ich hoffe bis hierhin hat's euch gefallen! Wir sind jetzt noch im Ohana, morgen gibt's Teil zwei, wenn es euch gefallen hat, lachen! Kommentiert das Ganze. Ich freue mich für jeden einzelnen Kommentar und ich freue mich für jeden einzelnen, der das Ganze enjoyed hat. Wir sehen uns morgen als der Frische, denn mein Name ist Mittelsprinz und Sommer und das heißt Ayo-la-la. Es geht 1, 1, 2, 2, Mr. Nice Guy.